Hallo miteinander, ich bin Betty Raven, Markenbotschafterin des Sinis Diner. Heute bin ich im Sinis Diner Herrlisberg Nord und zeige euch unsere feine Monatsburger vom Januar und Februar, unser Bob. Unser Bob besteht aus einem Dinkelbann mit 100% Schweizer Rindfleisch, Speck, frischem Mozzarella, Coleslaw, Tomaten, Peperoni, feine Zwiebelnringe, Mayonnaise und eine super BBQ-Sauce.